Hallo zusammen, hier ist wieder Heuteland, heute bin ich wieder für euch in der Wolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen T-Mog-Guide präsentieren. Heute wollen wir uns mal die neuen Transmog-Sachen aus dem Schlotternachts-Event aus dem Jahr 2024 anschauen. Andere Sachen gibt es nämlich tatsächlich nicht, also es gibt nur Schlotternachts-Transmogs-Belohnungen, die neu sind. Und dazu bin ich jetzt schon mal hier vor SW bei den Händlern und dort schauen wir uns jetzt mal an, was es Neues gibt. Es sind aktuell, so wie ich das gesehen habe, nur vier Teile, die wir uns bei den Händlern kaufen können und vom Event-Boss gibt es dann noch quasi den Rest. Wir haben einmal die Klaue des gepflegten Ernters, die können wir uns hier einmal angucken, das ist diese hier. Die kostet 100 Marken, die können wir uns gleich mal kaufen. Dann als nächstes haben wir einen Umhang oder einen Umhangteil, das heißt Pfosten des gepflegten Erntegolems. Das ist ein Item, wo wir quasi ein Set daraus bauen können. Kaufen wir uns ebenfalls, kostet wie gesagt 100 Marken. Und ja, ich habe schon acht oder sieben von acht Teilen von dem Set. Wo wir das genau herkriegen, werde ich euch jetzt gleich noch erklären. Das sind jetzt die zwei Teile, die lernen wir einmal. So, Nummer eins und Nummer zwei. Und jetzt seht ihr hier auch das Set, Kompletto, das ist dieses hier. Das ist ein Recolor von dem Set, das wir schon hier im Handelsposten kriegen konnten. Und jetzt können wir quasi das komplette Set auch im Event kriegen. Die anderen Teile kriegt ihr, indem ihr euch anmeldet beim Kopflosenreiter. Und zwar das erste Mal am Tag bekommt ihr mit jedem Char, ich glaube 70 aufwärts müsste es auf jeden Fall sein, einen Behälter, einen epischen. Und da gibt es immer einen Teil raus. Ich habe das jetzt mit ein paar Chars gemacht. Ihr kriegt eigentlich safe immer einen Teil vom Set raus. Und ihr kriegt auch keine Duplikate, sondern immer ein anderes. Also müsst ihr quasi siebenmal den Event-Boss umhauen. Ihr könnt Wendern an sieben nachfolgenden Tagen mit einem Chars machen. Oder ihr macht es so, dass ihr quasi da unterschiedliche Chars macht, so wie ich. Einfach mit allen einmal anmeldet und das Ding fertig macht. Genau. Soviel zu dem Set. Heißt, zwei oder ein Teil müssen wir kaufen. Und die anderen, die können wir dann einfach ganz gechillt über den Event-Boss mitnehmen. Vielleicht braucht ihr ja da eh noch das eine oder andere, wie zum Beispiel das Mount. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch die anderen zwei Sachen an. Und zwar sind die jetzt Kriegsmeuten gebunden. Ich habe die jetzt mal kurz mit einem anderen Schar gekauft. Handeln wir die mal rüber. Und die kosten, wenn wir die uns jetzt beim Händler kaufen, einmal 150 und einmal 50. Also ihr braucht für die zwei 200 zusammen und für die zwei auch nochmal 200, also 400 Marken. Die Marken könnt ihr übrigens damit farmen, dass ihr hier die ganzen Candy-Buckets abklappert. Also diese Süßigkeiten einmal. Da kann ich euch das Add-on Candy-Buckets empfehlen. Das zeigt euch die auf der Map an. Ich habe jetzt schon einige abgeflogen mit den Twings. Habt extra Twings genommen, die noch EP brauchen. Habt da so, ja, zwei, zweieinhalb Level tatsächlich mitgemacht, dass ich da rumgeflattert bin. Also das kann ich euch empfehlen. Wenn ihr noch einen Char habt, der ein paar Level brauchen kann, dann fliegt es mit dem am besten ab. Genau. Und jetzt haben wir hier noch zwei Temok-Vorlagen. Schauen wir uns die auch noch an, hätte ich gesagt. Also wir haben hier diesen Umhang und dann haben wir hier noch einen Kopf, diese Kapuze. Ah, die passt zum Umhang. Und da sind gleich zwei Teile drin. Ah, okay. Also wir haben einmal eine Kapuze, die vorne quasi offen ist und dann mit so einem Metallschutz. Sieht aus wie so ein Helm quasi. Das hat tatsächlich was. Schade, dass das hier nicht noch so ineinander übergeht. Das wäre noch ganz cool. Ja, das sind soweit die Temok-Teile, die wir da farmen können. Wie gesagt, wenn ihr euch das volle Set holen wollt, dann braucht ihr halt eine Kombination aus Marken für den Rücken und dann zusätzlich noch ein paar Kills auf dem Event-Boss. So, damit sind wir eigentlich durch mit dem kleinen Video. Hat mich gefällt, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne in einem anderen Video-Guide wieder. Euer Tula. Bis dahin. Ciao.